Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft B454 bis B482 Dieter Hartrup liest Die Antenomie der reinen Vernunft, erster Widerstreit der transzentralen Ideen Thesis Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist auch dem Raume nach in Grenzen eingeschlossen. Beweis Den nehmen man an, die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang, so ist bis zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine Ewigkeit abgelaufen und mithin eine unendliche Reihe aufeinander folgender Zustände der Dinge in der Welt verflossen. Nun besteht aber eben darin die Unendlichkeit einer Reihe, dass sie durch sukzessive Synthesis niemals vollendet sein kann. Also ist eine unendliche verflossene Weltreihe unmöglich, mithin ein Anfang der Welt, eine notwendige Bedingung ihres Daseins, welches zuerst zu beweisen war. Beim zweiten nehmen wir wiederum das Gegenteil an. So wird die Welt ein unendliches, gegebenes Ganzes von sogleich existierenden Dingen sein. Nun können wir die Größe eines Quantums, welches nicht innerhalb gewisser Grenzen jeder Anschauung gegeben wird, auf keine andere Art als nur durch die Synthesis der Teile und die Totalität eines solchen Quantums nur durch die vollendete Synthesis oder durch wiederholtes Hinzusetzen der Einer zu sich selbst denken. Demnach, um sich die Welt, die alle Räume erfüllt, als ein Ganzes zu denken, müsste die sukzessive Synthesis der Teile einer unendlichen Welt als vollendet angesehen, das heißt, eine unendliche Zeit müsste in der Durchzählung aller koexistierenden Dinge als abgelaufen angesehen werden, welches unmöglich ist. Demnach kann ein unendliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes, mithin auch nicht als zugleich gegeben angesehen werden. Eine Welt ist folglich der Ausdehnung im Raum nach nicht unendlich, sondern in ihren Grenzen eingeschlossen, was das zweite war. Ein Thesis Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raum, sondern ist sowohl der Zeit als dem Raum nach unendlich. Beweis Denn man setzte, sie habe einen Anfang. Da der Anfang ein Dasein ist, wovor eine Zeit vorhergeht, darin das Ding nicht ist, so muss eine Zeit vorhergegangen sein, darin die Welt nicht war, das heißt, eine leere Zeit. Nun ist dabei in einer leeren Zeit kein Entstehen irgendeines Dinges möglich, weil kein Teil einer solchen Zeit vor einem anderen irgendeine unterscheidende Bedingung des Daseins vor die des Nichtseins an sich hat. Man mag annehmen, dass sie sich von selbst oder durch eine andere Ursache entsteht. Also kann zwar in der Welt manche Reihe von Dingen anfangen, die Welt selber aber kann keinen Anfang haben und ist also wegen der vergangenen Zeit unendlich. Was das zweite betrifft, so nehme man zuerst das Gegenteil an, dass nämlich die Welt dem Raume nach endlich und begrenzt ist, so befindet sie sich in einem leeren Raum, der nicht begrenzt ist. Es würde also nicht allein ein Verhältnis der Dinge im Raum, sondern auch der Dinge zum Raum angetroffen werden. Da nun die Welt ein absolutes Ganzes ist, außer welchem kein Gegenstand der Anschauung und mit dem kein Korrelat der Welt angetroffen wird, b457, worin die Welt im Verhältnis steht, so würde das Verhältnis der Welt zum leeren Raum ein Verhältnis der Welt zu keinem Gegenstand sein. Ein solches Verhältnis aber, mit dem auch die Begrenzung der Welt durch den leeren Raum ist nichts. Also ist die Welt dem Raum nach nicht begrenzt, das heißt sie ist der Ausdehnung nach unendlich. a. Wir können ein unbestimmtes Quantum als ein Ganzes anschauen, wenn es in Grenzen eingeschlossen ist, ohne seine Totalität durch Messung, das heißt die sukzessive Synthesis seiner Teile, b456, konstruieren zu dürfen. Denn die Grenzen bestimmen schon die Vollständigkeit, indem sie alles weitere abschneiden. b458b. Der Begriff der Totalität ist in diesem Falle nichts anderes, als die Vorstellung der vollendeten Synthesis seiner Teile, weil, da wir nicht mit der Anschauung des Ganzen, was in diesem Falle unmöglich ist, den Begriff bilden können, wir diesen nur durch die Synthesis der Teile bis zur Vollendung des Unendlichen in der Idee fassen können. b457 c. Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung, die formale Anschauung, aber kein wirklicher Gegenstand, der äußerlich angeschaut werden kann. Der Raum vor allen Dingen, die ihn bestimmen, erfüllen oder begrenzen oder die vielmehr eine seiner formgemäße empirische Anschauung geben, ist unter dem Namen des absoluten Raumes nichts anderes, als die bloße Möglichkeit äußerer Erscheinungen, insofern sie entweder an sich existieren oder zu gegebenen Erscheinungen noch hinzukommen können. Die empirische Anschauung ist also nicht zusammengesetzt aus Erscheinungen und dem Raum, aus der Wahrnehmung und der leeren Anschauung. Eines ist nicht des anderen Korrelat der Synthesis, sondern nur in einer und derselben empirischen Anschauung verbunden, als ihre Materie und Form. Will man eines dieser zwei Stücke außer dem anderen setzen, den Raum außerhalb aller Erscheinungen, so entstehen daraus allerlei leere Bestimmungen der äußeren Anschauung, die jedoch keine möglichen Wahrnehmungen sind, z.B. Bewegung oder Ruhe der Welt, im unendlich leeren Raum, eine Bestimmung des Verhältnisses beider untereinander, welche niemals wahrgenommen werden kann und also auch das Prädikat eines bloßen Gedankendinges ist. B. 462 Der Antinomie der reinen Vernunft, zweiter Widerstreit der transdentalen Ideen, Thesis Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts als das Einfache oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist. Beweis Denn nehmt an, die zusammengesetzten Substanzen beständen nicht aus einfachen Teilen, so würde, wenn alle Zusammensetzungen in Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Teil und, da es keine einfachen Teile gibt, auch kein einfacher Teil, mit denen gar nichts übrig bleiben, folglich keine Substanz sein kann. Entweder also lässt sich unmöglich alle Zusammensetzungen in Gedanken aufheben oder es muss nach dem Aufheben etwas ohne alle Zusammensetzungen bestehendes, d.h. das Einfache, übrig bleiben. Im ersten Fall aber würde das Zusammengesetzte wiederum nicht aus Substanzen bestehen, weil bei diesen die Zusammensetzung nur eine zufällige Relation der Substanzen ist, ohne welche diese als für sich beharrliche Wesen bestehen müssen. B. 464 Da nun dieser Fall der Voraussetzung widerspricht, so bleibt nur der zweite übrig, dass nämlich das substanzielle Zusammengesetzte in der Welt aus einfachen Teilen besteht. Hieraus folgt unmittelbar, dass die Dinge der Welt insgesamt einfache Wesen sind, dass die Zusammensetzung nur ein äußerer Zustand von ihnen ist und dass, wenn wir die Elementarsubstanzen noch niemals völlig aus diesem Zustand der Verbindung setzen und isolieren können, doch die Vernunft sie als die ersten Subjekte aller Komposition und mithin vor ihr als einfache Wesen denken muss. B. 463 Antithesis Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen und es existiert überall nichts Einfaches in der Welt. Beweis Setzet, ein zusammengesetztes Ding als Substanz bestehe aus einfachen Teilen, weil alles äußere Verhältnis, mit denen auch alle Zusammensetzungen aus Substanzen nur im Raum möglich ist, so muss aus so vielen Teilen das Zusammengesetzte besteht, aus ebenso vielen Teilen auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum nicht aus einfachen Teilen, sondern aus Räumen, also muss jeder Teil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechten ersten Teile aber alles Zusammengesetzten sind einfach. Also nimmt das Einfache einen Raum ein. Da nun alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein außerhalb einander befindliches, manikfaltiges in sich fasst, mit ihnen zusammengesetzt ist, und zwar als ein reales Zusammengesetztes, nicht aus Akzidenzien, denn die können nicht ohne Substanz auseinander sein, mithin aus Substanzen, so würde das Einfache ein substanzielles Zusammengesetztes sein, was sich widerspricht. Der zweite Satz der Antithesis, dass in der Welt gar nichts Einfaches existiere, soll hier nun so viel bedeuten als B.465 Es könne das Dasein des schlechthin Einfachen aus keiner Erfahrung oder Wahrnehmung weder Äußeren noch Inneren dargetan werden, und das schlechthin Einfache sei also eine bloße Idee, deren objektive Realität niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung dargetan werden kann, mithin in der Exposition der Erscheinungen ohne alle Anwendung und Gegenstand ist. Denn wir wollen annehmen, es ließe sich für diese transzendentale Idee ein Gegenstand der Erfahrung finden, so müsste die empirische Anschauung irgendeines Gegenstandes als eine solche erkannt werden, welche schlechthin kein Manikfaltiges außerhalb einander und zur Einheit verbunden enthält. Da nun von dem Nichtbewusstsein eines solchen Manikfaltigen auf seine gänzliche Unmöglichkeit in irgendeiner Anschauung eines Objekts kein Schluss gilt, dieses Letztere aber zur absoluten Simplizität durchaus nötig ist, so folgt, dass diese aus keiner Wahrnehmung, welche sie auch sei, geschlossen werden kann. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Objekt niemals in irgendeiner möglichen Erfahrung gegeben werden kann, die Sinnenwelt aber als die Summe aller möglichen Erfahrungen angesehen werden muss, so ist überall in ihr nichts Einfaches gegeben. Dieser zweite Satz der Antithesis geht viel weiter als der erste, der das Einfache nur von der Anschauung des Zusammengesetzten verband, da hingegen dieser es aus der ganzen Natur wechschaft, daher er auch nicht aus dem Begriff eines gegebenen Gegenstandes der äußeren Anschauung des Zusammengesetzten, sondern aus seinem Verhältnis zu einer möglichen Erfahrung überhaupt bewiesen wurde. B 472 Der Antinomie der reinen Vernunft dritter Widerstreit der Transzentralen Ideen Thesis Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus der die Erscheinungen der Welt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zu ihrer Erklärung anzunehmen notwendig. Beweis Man nehme an, es gebe keine andere Kausalität als nach Gesetzen der Natur, so setzt alles, was geschieht, einen vorigen Zustand voraus, auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muss aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ist. Es muss in der Zeit geworden sein, da es vorher nicht war, weil wenn es jederzeit gewesen wäre, seine Folge nicht erst entstanden, sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Kausalität der Ursache, durch welche etwas geschieht, selbst etwas geschehen ist, welches nach dem Gesetz der Natur wiederum einen vorigen Zustand und dessen Kausalität, dieser aber ebenso einen noch älteren voraussetzt, und so weiter. Wenn also alles nach bloßen Gesetzen der Natur geschieht, so gibt es jederzeit nur einen subalternen, niemals aber einen ersten Anfang, B474, und also überhaupt keine Vollständigkeit der Reihe, auf der Seite der voneinander abstammenden Ursachen. Nun besteht aber eben darin, das Gesetz der Natur, das ohnehin reichend a priori bestimmte Ursache, nichts geschieht. Also widerspricht sich der Satz, nachdem alle Kausalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit, und diese Kausalität kann also nicht als die einzige angenommen werden. Demnach muss eine Kausalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne dass die Ursache davon noch weiter, durch eine andere Ursache nach notwendigen Gesetzen, bestimmt ist. Das heißt, eine absolute Spontanität der Ursachen, eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen, mithin transzendale Freiheit, ohne welche im Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursachen niemals vollständig ist. B473, Antithesis, es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Beweis, nehmt an, es gäbe eine Freiheit, im transzendentalen Verstande, als eine besondere Art von Kausalität, nach welcher die Begebenheiten der Welt erfolgen könnten, nämlich ein Vermögen, einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen des Zustandes, schlechthin anzufangen. So wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontanität, sondern die Bestimmung dieser Spontanität selbst zur Vorbringung der Reihe, das heißt die Kausalität, wird schlechthin anfangen, sodass nichts vorhergeht, wodurch diese geschehende Handlung nach beständigen Gesetzen bestimmt sei. Es setzt aber ein jeder Anfang zu handeln, einen Zustand der noch nicht handelnden Ursache voraus und ein dynamisch erster Anfang der Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden, eben dieser Ursache, gar keinen Zusammenhang der Kausalität hat, das heißt auf keine Weise daraus erfolgt. Also ist die transzendentale Freiheit dem Kausalgesetz entgegen und eine solche Verbindung der sukzessiven Zustände wirkender Ursachen, B. 475, nach welcher keine Einheit der Erfahrung möglich ist, die also auch in keiner Erfahrung angetroffen wird, mithin ist sie ein leeres Gedankending. Wir haben also nichts als Natur, in welcher wir den Zusammenhang und die Ordnung der Weltbegebenheiten suchen müssen. Die Freiheit und Unabhängigkeit von den Gesetzen der Natur ist zwar eine Befreiung vom Zwang, aber auch vom Leitfaden aller Regeln. Denn man kann nicht sagen, dass anstatt der Gesetze der Natur die Gesetze der Freiheit in die Kausalität des Weltlaufs eintreten, weil wenn diese nach Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Freiheit, sondern selbst nichts als Natur wäre. Natur also und transzendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmäßigkeit und Gesetzlosigkeit, davon die Gesetzmäßigkeit zwar den Verstand, mit der Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinauf zu suchen, weil die Kausalität an ihnen jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und gesetzmäßige Einheit der Erfahrung verspricht, dahingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden Verstande in der Kette der Ursachen etwas Ruhe verheißt, indem sie ihn zu einer unbedingten Kausalität führt, die von selbst zu handeln anhebt, die aber, da sie selbst blind ist, den Leitfaden der Regeln abreißt, an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist. B 480 Der Antenomie der reinen Vernunft vierter Widerstreit der transzendentalen Ideen Thesis Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Teil oder ihre Ursache ein schlechthin notwendiges Wesen ist. Beweis Die Sinnenwelt als das Ganze aller Erscheinungen enthält zugleich eine Reihe von Veränderungen, denn ohne diese würde selbst die Vorstellung der Zeitreise als einer Bedingung der Möglichkeit der Sinnenwelt uns nicht gegeben sein. Eine jede Veränderung aber steht unter ihrer Bedingung, die der Zeit nach vorher geht und unter welcher sie notwendig ist. Nun setzt ein jedes Bedingte, das gegeben ist, mit seiner Existenz eine vollständige Reihe von Bedingungen bis zum schlechthin Unbedingten voraus, welches allein absolut notwendig ist. Also muss etwas absolut Notwendiges existieren, wenn eine Veränderung als seine Folge existiert. Dieses Notwendige aber gehört selber zu Sinnenwelt. Denn setzt, es sei außerhalb der Sinnenwelt, so würde von ihm die Reihe der Weltveränderungen ihren Anfang ableiten, B482, ohne dass doch diese notwendige Ursache selbst zur Sinnenwelt gehörte. Nun ist dieses unmöglich, denn da der Anfang einer Zeitreihe nur durch dasjenige, was der Zeit vorher geht, bestimmt werden kann, so muss die oberste Bedingung des Anfangs einer Reihe von Veränderungen in der Zeit existieren, da diese noch nicht war, denn der Anfang ist ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, welches anfängt, noch nicht war. Also gehört die Kausalität der notwendigen Ursache der Veränderungen, mithin auch die Ursache selbst zu der Zeit, mithin zur Erscheinung, an welcher die Zeit allein als deren Form möglich ist. Folglich kann sie von der Sinnenwelt als der Summe aller Erscheinungen nicht abgesondert gedacht werden. Also ist in der Welt selbst etwas schlechthin Notwendiges enthalten, es mag nun dieses, die ganze Weltreihe selbst oder ein Teil derselben sein. A, die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Veränderungen vor diesem Objektiv vorher, allein subjektiv und in der Wirklichkeit des Bewusstseins ist diese Vorstellung doch nur, so wie jede andere, durch Veranlassung der Wahrnehmung gegeben. Das Wort anfangen wird in zwiefacher Bedeutung genommen. Die erste Bedeutung ist aktiv, da die Ursache einer Reihe von Zuständen als ihre Wirkung anfängt. Die zweite Bedeutung ist passiv, da die Kausalität in der Ursache selbst anhebt. Ich schließe hier aus der Ersteren auf die Letzte. W481 Antithesis Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen weder in der Welt noch außer der Welt als ihre Ursache. Beweis nimmt an, die Welt selber oder in ihr sei ein notwendiges Wesen, so würde in der Reihe ihrer Veränderungen entweder ein Anfang sein, der unbedingt notwendig, mithin ohne Ursache wäre, welches dem dynamischen Gesetz der Bestimmung aller Erscheinungen in der Zeit widerstreitet. Oder die Reihe selbst wäre ohne allen Anfang und, obgleich in allen ihren Teilen zufällig und bedingt, im Ganzen dennoch schlechthin notwendig und unbedingt, was sich selbst widerspricht, weil das Dasein einer Menge nicht notwendig sein kann, wenn kein einziger ihrer Teile ein an sich notwendiges Dasein besitzt. Nehmt dagegen an, es gäbe eine schlechte notwendige Weltursache außer der Welt, W483, so würde die Welt als das oberste Glied in der Reihe der Ursachen der Weltveränderungen, das Dasein der Letzteren und ihrer Reihe zuerst anfangen. Nun müsste sie aber als dann auch anfangen zu handeln und ihre Kausalität würde in die Zeit, eben darum aber in den Inbegriff der Erscheinungen, das heißt in die Welt, gehören. Folglich sie selbst, die Ursache, nicht außerhalb der Welt sein, welches der Voraussetzung widerspricht. Also ist weder in der Welt noch außerhalb ihrer, aber mit ihren Kausalverbindungen irgendein schlechthin notwendiges Wesen.